2 das ist nicht gut und damit wieder ein recht herzliches willkommen hier zurück zu the last of us part 1 wieder eingeschaltet habt wir sind wieder am start gleiche position wie immer wo im letzten part aufgehört haben aber direkt an dieser stelle weiter oder was hast du ja du willst auch wissen wie es weitergeht wie alle anderen auch und ich auch ja im letzten part haben wir ja nicht ich habe was für dich okay hier maria hat mir gezeigt und ich ich hab's geklaut das ist doch nicht schlimm oh man ey für dich ist das nicht schlimm aber joel braucht es nicht mehr tja was man auch immer versucht die vergangenheit holt einen ein danke die ellie scheint wieder normal drauf zu sein das ist schön das finde ich sehr gut ja was ich eigentlich sagen würde ja anscheinend haben wir ja im letzten partien die letzte upgrade stufe erreicht was die waffen angeht nur haben wir nicht genug schrauben um alle waffen zu upgraden abzugraden suchen ok was kann man das foto anscheinend also doch dabei foto von joel und sarah was war das wenn sie die feier fleiß suchen wenn sie die feier fleiß suchen jetzt aber genug rumgeplänkelt hier wir wollen weitermachen so aus als wenn wir da runter sollen dann machen wir das auch hier wird es ja wahrscheinlich nicht mehr viel geben oder sieht nicht danach aus ich hänge fest lass mich hier raus ok dann gehen wir da runter in den überhaupt nicht unheimlich dunklen tunnel oder unterführung dieses mal läuft es anders ich weiß es wie meinst du da ist sie werden da sein die feier fleiß ich bin ganz sicher frage ist nur ob sie uns willkommen heißen ich meine es ist ja eine separate gruppe die nicht jeden an sich ranlässt ist nicht gut das ist gar nicht gut das gefällt mir hier unten nicht aber ich 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 Bloater? Definitiv ein Bloater. Kommt der hier hoch? Kommt der hier hoch? Das war's mit dem Bloater, wenn wir aber die Klicker am Arsch. Oh, Mann. Was kannst du laut sagen, Herr Lin? Direkt mal die neu geupgradete... Oh Gott, oh Gott. Pumpgun. Ausprobiert. Okay, aber vier Munizien haben die jetzt nicht gedroppt. Das ist ja nicht so geil. Wir haben mehr rausgehauen hier. Das gefällt mir nicht. Ja, wir haben eine Flasche dabei. Shorty haben wir auch noch für den schlimmsten Notfall. Okay, der Bloater ist definitiv kein Problem mit dem Flammenwerfer. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wir hätten hier wahrscheinlich auch so echt gut sneaky durchkommen können. Aber das ist halt nicht meine Spielweise. Weiten. Da geht's rein, okay. Ich hab grad schon eine Gänsehaut-Attacke gekriegt. Oh Mann. Wahr国anheitor. zinziell! anticipate Draw vor, Vors mình. W pidginn. Da! warum warum der hat uns gesehen die klicker können uns ja nicht okay bleibt wie versprochen sehr spannend ich hab auch nichts anderes erwartet ja dachte ich mir dass das das maximum ist das sind so viele ich weiß einfach weitermachen ich habe eine idee das war gut ich jetzt jetzt komplett zermetert und wir haben ja noch das jagdgewehr das könnten wir vielleicht auch mal benutzen noch ein bloater echt jetzt zwei zwei das ist nicht gut das ist jetzt ganz und gar nicht gut wir sollten wahrscheinlich erst mal versuchen die klicker weg zu kriegen und dann kann man bei uns um die bloater die 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 Was ist das? sind ganz schön viele hier sind Eddie, Alter. Dann machen wir erstmal den einen jetzt fertig hier. Warte, Feuer müssen wir noch Lamberta ausrüsten. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 da kommen die nächsten sie sind tot ich glaube das waren alle ja das hoffe ich auch ich glaube das stimmt kämpfen und leben aufregend es kommt vielleicht beim zugucken nicht so rüber aber ich bin echt angespannt wir brauchen auf jeden fall ein paar neue pfeile wir haben ziemlich viel verbraucht jetzt ich höre doch schon wieder die nächsten ok kriegst du die kiste darunter aber nicht mehr auf den kopf schmeißen bitte ok müssen wir jetzt wieder schwimmen was auf hier das wasser scheint tief zu sein das machen wir wenn es vorbei ist was denn du bringst mir schwimmen bei na klar doch ich komme da nicht dran darf ich wieder tauchen so wie es aussieht da ist die leiter ok der part wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger jetzt ich hätte schon gern irgendwo wieder eine speicher stelle kann es sein dass unsere unser atem zum unterwasser bleiben auch maximiert wurde ich bin jetzt drüben was für ein zufer das genau da oben drauf eine leiter liegt nun und jetzt hierher ok bleib einfach am rand da ist es flacher ok noch ein comic hier ist noch einer mit stiefel ha ok alles klar oh, Munizieren, danke Und noch eine versperrte Tür. Okay, her mit dem Fuß. Okay. Na komm, mach dich wieder auf. Pass auf! Oh, nee! Na, du bist klar? Ja. Ich hab mich nur erschreckt. Mhm, nicht nur du. Wird echt Zeit, dass die vernichtet werden. Eine Werkbank. Blut. Ich würde sagen... Gucken noch mal kurz in die Werkbank rein, ob wir irgendwas verbessern können. Ansonsten machen wir hier jetzt Schluss. Finde alle Werkbänke. Okay. Könnte es sein, dass es langsam dem Ende zugeht? Okay. Gut, meine lieben Freunde, dann sage ich aber an dieser Stelle erstmal wieder. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Recht herzlichsten Dank. Das Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von The Last of Us Part 1. Oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein. Und dann geht's mit uns jetzt ein paar Hände. Und dann schauen wir uns das Video zu machen. Und dann machen wir den Video in der nächsten Funktion. So, das ist dann aber am Ende. Und dann kann man noch ein paar Hände. Und dann können wir auch ein paar Hände. Vielen Dank.